Musik Wolfgang und Christoph von der Autobahnpolizei sind auf der A4 Richtung Wien unterwegs. Im zivilen Streifenwagen liegt das Hauptaugenmerk neben Verkehrssündern auf illegaler Migration. Das kann man still telefoniert. Das kommt am Tag drauf an, glaube ich. Aber er telefoniert. Er telefoniert? Muss sich einbremsen? Hört jetzt eh ziemlich okay, gell? Ich werde jetzt ein Alkohol vor, das da machen. Das ist ja so schlecht. Ich werde dich sichern, Kollege, bei deiner Amtshandlung. Ja, absolut. So bin ich. Du bist ein Bursch. Grüß Gott. Dankeschön. Telefonieren ohne Freisprache in Richtung. Ich weiß es. Sie telefonieren 50 Euro und für die Vignette 120 Euro sind 170 Euro. Ich bin sowieso breite. Wir sind wirklich Todesfall am Erkommen. Das heißt ja noch lange nichts, oder? Bitte. Sie können mit dem Bankomaten auch zahlen, wenn Sie mehr wissen. Ich sag Ihnen, ich bin breite. Ja. Wir haben eine Todes- die Schwingermutter gesagt. Wenn Sie wollen, wenn Sie nicht wollen. Ich bitte Sie, wenn es geht. Was ist denn Ihr zuständiges Wachzimmer in der ***? Ähm, Brumm. Ich wohne nicht mehr mehr. Jetzt habe ich eine Dienstwohnung. Das heißt, der Wohnsitz, der da drinnen steht, ist gar nicht mehr mehr aufrecht, der Wohnsitz? Dann muss ich da abflüchsen, oder? Ja, schon, oder? Telefonieren am Steuer zählt leider weitläufig als Kavaliersdelikt, wird aber ausnahmslos abgestraft. Der Lenker bestreitet die Tat nicht, versucht aber zu verhandeln und ist um keine Ausrede verlegen. Aber es nutzt, jeder hat einen Termin, oder eine Notiz, oder einen Anruf vom Chef, oder er hat das zweite Handy mit, ohne Freisprecheinrichtung. Und der Herr ist ja einzig, dass er wieder eine Strafe bekommen, eine Anzeige, nicht? Ich meine, es ist vielleicht wichtig, aber nächstes Mal bleiben Sie am Parkplatz stehen, nicht? Wenn Sie zu einem Parkplatz, dann telefonieren. Doch nach der Personenauskunft weitet sich der Fall plötzlich aus. Alles klar, danke. Wir haben jetzt eine Person angehalten, die keinen aufrechten Wohnsitz im österreichischen Bundesgebiet hat. Laut der Aussage da von der Urkunde müsste sie eigentlich in der *** 5 wohnen. Scheint aber nicht auf. Der Wohnsitz, der im Zulassungsschein drinnen ist, hat er angegeben, dass er dort nicht mehr wohnt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wohnt der Herr, nicht? Die weitere Vorgangsweise ist jetzt einmal so, dass wir auf eine Polizeiinspektion fahren werden und die Daten einmal abkehren, weil es keine Übereinstimmung gibt mit den Daten vom Computer, mit den Daten, was er dort aufliegen hat. Das heißt, der Herr wird uns jetzt einmal nachfahren zur nächsten Polizeiinspektion. Da stimmt einiges nicht. Mit den Daten nicht, mit den Daten von Ihrem Wohnsitz. Sie haben keinen aufrechten Wohnsitz, Sie sind nirgends drauf. Ich hab's schon. Gut. Wir werden das jetzt abchecken, okay? Und zwar auf der Autobahnpolizeiinspektion Potz-Neusiedl. Sie fahren uns nach, okay? Schaut, schauen Sie mal. Das bleibt bei mir. Ich zeig Ihnen nur das. Das ist keine Fälschung. Das ist vom 8.07.2013. Genau. Und das klären wir jetzt ab, weil Sie mit dem Daten noch nicht im Computer drinnen sind, okay? Gut. Sie fahren uns nach und den Rest gehen wir dann auf der Autobahnpolizeiinspektion ab. An der Autobahnabfahrt Auhof warten die beiden ungarischen Sexarbeiterinnen Viviane und Kenny auf Kundschaft. Die Preise für ihre Dienste beginnen bei 30 Euro. Hier gibt es die verschiedensten Kunden. Das ist abhängig von der Uhrzeit. Abends fahren viele von der Arbeit nach Hause. Ab Mitternacht kommen dann viele junge Freier. In der Früh sind das meistens Lkw-Fahrer. Hallo, Schatzi. 20 Minuten. Ja, okay, Schatzi. Das ist der Worte, also die macht 30. Ja, okay. Kannst du wieder machen? Okay, Schatzi. Hallo, Blasen Ficken. 100 Euro. Blasen Ficken? Ja. Und eine halbe Stunde? 150 Euro. 150 Euro? Ja. Geht auch ohne Kummer? Nein. Nicht? Nicht. Okay, ist okay. Mein Traum ist es, Kinderärztin zu werden oder mit behinderten Kindern zu arbeiten. Die Träume der jungen Mädchen sind das, was ihnen Hoffnung gibt. Meistens muss der Verdienst an Personen im Hintergrund abgegeben werden. Ihnen selbst bleibt wenig. Auf dieser Straße verdiene ich in fünf Tagen 400 bis 500 Euro. Und bist du alles okay? Ja. Die Polizei lässt uns in Ruhe, wenn wir diese grüne Karte haben. Wir müssen einmal die Woche zur Kontrolle gehen. Die Karte bestätigt, dass wir gesund sind. Dann gibt es keine Probleme mit der Polizei. Das ist kein Problem. Nein. Danke. Ciao, Baby. Bist du jeden Abend hier? Ja. Fünf Uhr. Fünf Uhr? Ja. Ciao. Puh. Der wollte ohne Gummi. Ich sagte ihm, dass ich es nicht ohne Gummi mache, weil ich einen Sohn habe. Montagmorgen an der Südeinfahrt vor Wien sind Michi und Dominik die Traffic Manager an der Verkehrsfront, um Staus zu verhindern. Auf der Tangente ist schon zähflüssiger Verkehr. Ja, jetzt werden wir einmal den Verkehr übermachen. Das ist einer unserer strategisch guten Punkte, wo wir zugreifen können bei Unfällen. Und wir haben jetzt einmal die Kamera eingeschalten, dass man sieht, wo sich der Stau ungefähr zusammenstoppelt. Und im gegebenen Falle, wenn es so sein sollte, werden wir den Early-Warner aufstellen und diverse Informationen bzw. Empfehlungen an den Autofahrer weitergeben. Wir haben da ein Multiscreen. Das ist so eine Kurzübersicht von den ganzen Kameras, die wir auf der Strecke haben, nachdem wir sich da auf der A2 befinden. Das ist logisch, ich habe die A2 aufgeschalten. Ich kann aber auch die A23 nehmen und schauen, was auf der A23 los ist. Es ist nicht schlecht, dass man dann irgendwo ein bisschen schaut, wo, wenn es da irgendwo stockt und da ist nichts mehr, dann muss irgendwo was haben. Weil Stau bildet sich ja nur, wenn auf einen markanten Punkt der Verkehr nicht fließen kann. Jetzt kommt aber der Power-Snake. Die Akkus aufladen für später. Die Dschungel-Gurken. Jetzt warten wir das Ganze ein bisschen ab. Solltet ihr den Stau so weit zurückbilden, dann ist da meistens auch ein kritischer Punkt. Wir werden schauen, wenn es da sich noch ausgeht. Das ist halt dann eine Gefühlssache. Dann schauen wir halt vor zum Schwerlastparkplatz. Dort können wir dann auch nicht mehr schön greifen. Da können wir dann auch wieder schön umdrehen, sollte etwas in der anderen Richtung sein. Das muss man dann einfach auf ein Gefühl. Das ist die Erfahrung, die man dann hat. Sekunden später bekommt Dominik einen Funkspruch, dass sie bei einem soeben eingetretenen Unfall dringend gebraucht werden. Aufgrund des starken Frühverkehrs gestaltet sich die Anfahrt zum Unfallort schwierig. Ja, das hat sich so angehört. Nein, doch nicht. Das ist jetzt im Tunnel, oder? Ja, das ist jetzt im Tunnel, oder? Ja, das ist so verzippert. Au, jetzt habe ich meinen Borde jetzt mit dem Zipp. Was macht ihr hier, Alter? Das ist unglaublich. Ohne Horn gibt es kein Fahren. Ja. Ja, sag ich ja. Bruce Allmächtig. Ein Kleinbus und ein BMW. Ein Kleinbus steht am Bahnestreifen. Der BMW steht angeblich noch auf der Fahrbahn. Da vorne ist es eh schon. Ja, jetzt einmal Unfall und links einer, ja. Der Verkehrsunfall. Scheinen dürfte wer verletzt sein, wenn es markiert wird wegen einem Unfallkommando. So, jetzt werden wir mal Rücksprache halten mit der Exekutive und werden das Weitere dann klären. Wolfgang und sein Kollege Christoph von der Autobahnpolizei sind bei einer Routineuntersuchung auf eine Person gestoßen, die verdächtigt wird, sich illegal in Österreich zu befinden. Das Problem ist, dass er jetzt momentan keinen aufrechten Wohnsitz hat. Zumindest können wir das nicht feststellen anhand seiner Aussagen und anhand den Zulassungsscheinen, wo er es nicht umgeschrieben hat. Jetzt checken wir mit dem Computer durch, ob er einen hat. Und dann werden wir weiterschauen. Das ist aber kein Dokument für einen Wohnsitz. Nein, kein Dokument für eine Person, was ich gesagt habe. Ja, aber Sie haben keinen aufrechten Wohnsitz im Bundesgebiet, was ich gesagt habe. Ich habe schon einen. Wo? Das scheint aber nirgends auf. Das ist nicht. Die Person ist über das Melderegister nicht auffindbar. Doch Wolfgang glaubt den Angaben des Herrn und sucht weiter, bis er im Verkehrsregister fündig wird. Wieso sagen Sie nicht, dass Sie einen Aufenthaltstitel haben in Österreich? Ich habe nichts. Ich habe keinen öffentlichen Dienst. Sie arbeiten im öffentlichen Dienst wegen einem Aufenthaltstitel? Achso. Ich habe alles. Sie haben kein Bargeld einstecken, ist das richtig? 20 Euro. Sie haben keine Bank-O-Mat-Karte? Nein. Er kann den Betrag im Bahn nicht auslegen. Das bieten wir ihm an, das müssen wir ihm anbieten beim Telefonieren ohne Freisprechanrichtung. Ebenso bei der Vignette. Wenn er das nicht hat, gibt es eine Anzeige, die natürlich dementsprechend dann teurer wird. Es ist auf jeden Fall so, dass einmal die 120 Euro nicht 120 bleiben werden. Und die 50 Euro nicht 50 bleiben werden. Aber die teuer sind. Sie haben beides gemacht. Ich habe zugegeben. Sie sind eh einsichtig. Das ist eh super. Aber wenn ich nach dem Entgegenkommen bin, dann ist der Vater für mich am Verwalter. So viel verdiene ich nicht. Manche kommen da mit der Mitleidsschiene. Viele Kinder, keine Arbeit und so weiter. Aber die Verwalterungsübertretung ist begangen worden. Deswegen wird auch die dementsprechend behandelt. Jetzt wissen wir auch, wo er wohnt. Das hat man jetzt im zentralen Melderegister rausfinden können. Dorthin wird die Post geschickt. Er wird einzahlen oder nicht. Und er wird irgendwann von einem Kollegen in Wien aufgesucht werden. Er wird die Verwaltungsstrafe absitzen dürfen. Und damit ist der Gerechtigkeit genüge getan. Das hat mich gewohnt. Okay. Hoffentlich nicht so. Hoffentlich nicht so. Jedens schon, gell? Okay. Aber nicht mit mir kommen. Auch wo ich arbeite. Das ist auch nicht gut. Schauen Sie mal hoch. Bis zu 41.000 Fahrzeuge befahren täglich den Plaputschtunnel. Die Abgase führen dazu, dass die komplette Beschilderung in kürzester Zeit nicht mehr sichtbar ist. Autobahnmeister Christian Schwab muss den zeitgerechten Fortschritt seiner Truppe genau im Auge behalten. Wir fahren jetzt einmal ganz auf zur zweiten Hälfte zum Waschzug von Guggenbach, die ja von oben reingefahren sind. Wir werden dort gleich einmal mit den Kollegen reden, ob dort alles klar gelaufen ist. Denk ich mir, der Tunnel ist schon eine schöne Länge, ne? Vor allem, es ist ja auch die Zeit für 20 Kilometer Tunnelröhre in vier Tagen waschen. Das ist ja relativ knapp bemessen. Da muss Mannschaft und Gerät hundertprozentig funktionieren. Mach das nicht, das machst du mit dem nicht außer der Spritzen, gell? Weil das müssen wir es dann auch... Das muss man händisch rauswaschen. Ja. Dass man das nach auf den Fuggen lässt, wo das Gas reingefahren kann. Ja, ja. Und dann waschst du mit raus. Ja. Aber wo noch alles trocken ist, wenn du da schaust, da siehst du diese Reflektoren teilweise gar nicht, gell? Und das ist jetzt die Aufgabe, dass er da das Zauber reinigt. Die Reflektoren müssen wir natürlich sehen, weil sie ja gerade für die Sicherheit eine wichtige Einrichtung sind, gell? Mit einer Geschwindigkeit von ein bis zwei kmh bewegt sich der Hochdruckreiniger durch den Tunnel. Für Klaus ist es dennoch jedes Mal eine spannende Herausforderung. Ich bin gelernter GWH-Installateur und habe nachher umgesattelt zum Straßenbau. Und auf das habe ich mich nachher spezialisiert. Ich habe mit einer kleinen Kärmaschine angefangen und nachher auf die Dreiachse. Und da habe ich nur Hochdrucksarbeiten. Alles was mit Hochdruck zu tun hat. Zum Straßenreinigen. Ein kleines Spielzeug für Erwachsene. Ein kleines Spielzeug für Erwachsene, wo man viel aufpassen sollte. Ein kleiner Felder und es ist mehr Schaden, als wie man gut damit macht. Vor allem, weil es ein monotone Arbeiten ist. Es ist immer gerade fahren und man sollte auch dementsprechend konzentriert sein nachher. Wien. Die Traffic-Manager Dominik und Michi wurden zu einem Verkehrsunfall auf der Ostautobahn gerufen. Ihre Aufgabe sichern und die Unfallstelle so weit wie möglich räumen. Grüß euch, hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Geht ihr zu vorn oder soll man schieben? Ich muss man schieben. Passt. Die Unfallursache ist noch unklar. Der Fahrzeuglenker steht noch leicht unter Schock. Hilft jedoch sein Fahrzeug aus dem Fließverkehr zu beseitigen. Die Rettung wurde alarmiert. Bei der Fuhren geht es tadellos und der Fuhren staut sich komplett. Und jetzt steht der Polizist da und teilt eben der Autofahrer weiter eben. Und das ist alles irgendwie auflöst, das ganze Knädel. Die ganzen Schaulusigen, die werden alle langsamer. Am liebsten, die uns ja heute da stehen bleiben, weil dann sicher für heute das, was erst mal in der Zeitung steht. Oder demnächst im Fernsehen. Soviel ich weiß, ist er Anfang mit dem Kleinlastwagen auf den Traf gefahren. Obwohl nicht einmal eine irrsinnige Geschwindigkeitsreduktion für den Stau gewesen wäre. Also, er dürfte ihn einfach übersehen und dass es vor allem ein Auto war, hat ihn von hinten wohl übernommen. Verletzten Sie nicht? Nein, ein bisschen. Von hinten hat mich gefragt. Wollen Sie was trinken oder lehnen Sie nicht eine Weile auf die Leitplanke? Ja, ein bisschen. Nicht zu viel. Mein Verletzten ist halt immer wichtig. Es geht sehr in erster Linie darum. Warum ist er verletzt? Das was für einen Grund. Bei einem Auffahrunfall, ja, dass der Kopfhörl ein bisschen angekaut. Aber es ist halt auch wichtig, das zu mitschreiben, zum Dokumentieren, zum Festhalten. Er hat sich gesagt, was zum Trinken wollte er bringen. Warum ist er trockst du? Wir sind ja gar nicht geflinkt. Warum? Warum ist alles gestanden? Warum ist alles gestanden? Warum ist alles gestanden? Warum ist alles gestanden? Warum ist alles schon zu spät? Ich bin auch überraschend von hinten. Vor drauf. Vielleicht mit 80, 90, ich weiß nicht. Wie viele Leute hergefahren? Vielleicht 80, eher viel mehr. Man fragt einen 70er Kopf, wann überhaupt. Zwischen 60 und 70. So mehr sind wir gar nicht geflogen. Auf einmal, bumm, ziehe ich dich. Aber Sie haben einen Mix, oder? Nein. Ich bin viel, Gott sei Dank. Wir werden schauen, dass wir die Betriebsmittel vom Fahrzeug binden, dass es nicht zu rutschig ist. Wir sind doch viele Motorradfahrer unterwegs. Wir haben nichts. Ah, gut. Rettung kommt, Fugt kommt. Wir werden auch los. Wir werden wegschleppen. Ah, das wäre mit ihm dann alles sowieso Zeit. Wenn es Fugt die Niederschrift und alles macht, ist es Zeit gut, dass er sagt, wie ein Obst mit Pilz oder die Feuerwehr. Das machen wir. Kann sein, dass die Polizei vielleicht einmal ein wenig vermessen, dass wir da vielleicht einmal kurz zumachen. Aber wie ist es, dass der ganze Staus ein bisschen auflässt? Da kommen auch die Eintrittskräfte besser dazu. Jetzt warten wir einfach einmal auf die Rettung. Über die Rettung kommt schon. Ich habe es gerade gesehen. Damit die eine fahren können. Ach so, du hast das ja auf Zeiten schon, oder? Ja. Nachdem ich kein Arzt bin oder sowas, kann ich es nicht beurteilen. Aber wenn er über Kopfschmerzen und Genickschmerzen klagt, kann ich es nicht beurteilen. Ja. Ich glaube, das ist halt eine Sais-Sache. Natürlich. Man redet sich die Unfallaufnahme, bzw. die Dokumentation. Aber es ist nicht so tragisch anscheinend. Und so schlimmere Szene auch da ist? Zum Teil, ja. Wo wirklich Autos zusammengeschoben waren. Also so eine Kombi dann ungefähr die Größe von einem Mini. Das ist dann schon ganz nett, wenn der Lastwagen voll beladen drauf fährt hinten. Dominik? Brauchst du jetzt vom Funde irgendwelche Informationen oder was? Nix. Die beiden Autos habe ich. Ja, passt. Wenn du irgendwas brauchst, dann was. Ja, danke. Was hat die Rettung gesagt? Nein, wenn ich will, freiwillig, dass ich untersuchen mache. Aber sonst, nein, brauchen wir nicht. Ich habe keine Schmerzen oder irgendwas. Ich habe vor dem ersten Augenblick geschlagen, aber das passt eh. Wenn man einen Schock hat, will man da? Wer, ich? Schau ich aus, wenn man einen Schock hat? Nein. Ich bin 45 Jahre auf der Straße. Ich kann so etwas nicht leichter schütteln. Das ist ein Aufwartenfall. Ja, wenn da unten liegen würde, dann flippert die aus. Aber so etwas bädelt mich nicht an. Das soll nicht heißen, dass ich immer noch einmal habe. Wo sind Sie unterwegs? Jetzt wären wir Richtung Heimwärts gewesen. Wir sind nicht am Ende. Wir sind nicht komplett leer. Wir haben kein Gewicht. Wir haben kein Gewicht. Wir haben kein Gewicht. Ich sage, das hat auch schon. Wir können uns reinschauen. Das ist komplett leer. Das eingetroffene Unfallkommando beginnt nun mit der Vermessung der Unfallstelle. Ja, eine kurze Anhaltung dann. Wir werden vermessen. Aber wenn wir jetzt sperren, dann haben wir einen Rücksteller noch größer. Die Verfügbarkeit sollte man schon halten im Frühverkehr. Das wird nur kurz angehalten und dann passt das wieder. Ich nehme einmal an, dass er jetzt einfach nur die Dokumentation macht. Nachdem auch die Unfallaufnahme mit die Meter und die Breite. Ich nehme auf die Fahrtrichtung an. Das ist wie ein Daumenkino. Nicht beschritt, wie das Fahrzeug gefahren ist oder die Fahrzeug. Und einmal entgegen der Fahrtrichtung. Und dann die Beschädigungen am Fahrzeug. Und die Messer sind vollst benötigt für Skizze, damit der Sachverständiger nachvollziehen kann, wie es dazu gekommen ist. Dominik bekommt den nächsten Einsatz. Okay, das schauen wir sich klar an. Vor der Ausfahrt Wiener Neudorf. Alles klar. Gut, danke, tschau. Michael, Autobahnpolizei Trebus Winkel A2 Richtung Wien und Graz. Was? Okay. Vor der Ausfahrt Wiener Neudorf gebe ich irgendwelche Blechteile am aneinanderfliegen. Fliegen? Ja. Na sowas. Schauen wir dann gleich hin. Im Plabutschtunnel ist Christian mit seinem 40-Mann-starken Reinigungstrupp sichtlich zufrieden. Doch der Zeitdruck ist hoch, denn die Tunnelsperre muss bald wieder aufgehoben werden. Umso wichtiger ist die Motivation der Truppe. Wie sie da das sagen, wenn die zwei Bürsten steuern und so. Das ist immer wieder ein Erlebnis, was du erinnerst. Grüß dich. Hallo, grüß dich, servus. Grüß dich. Wie geht's? Gut, danke. Am ersten Tag noch alles fit, gell? Ja. Super, noch keine Verschleißerscheinungen, gell? Servus, grüß dich. Ja, aufpassen müssen wir auf Kameras, auf Kabeln, alles was halt montiert ist im Tunnel. Das Auto. Auf dem müssen wir aufpassen, dass wir es nicht runterreißen. Es ist die einzige Gelegenheit, wo du wirklich ungestört, so wie du jetzt da durch den Tunnel spazieren kannst. Da haben wir zum Beispiel diese Sensoren ab, die Kameras und so weiter, dass du wirklich schauen kannst, ob irgendwelche Beschädigungen vorhanden sind. Und wie üblich, wenn man reinigt, kommen verlorene Gegenstände ans Tageslicht, auch wenn sie befremdlich wirken. Ja. Sie dürfen irgendwo von einem Fahrzeug verlorenen sein. Das glaube ich nicht von uns irgendwo. Ja, von uns nicht. Ah, Toschlamm. Tja, wertvoller Fundgegenstand. Insgesamt werden für die Reinigung des Tunnels eine Million Liter Wasser in den nächsten Tagen verwendet. Da sieht man jetzt typisch, was passieren würde, wenn man das jetzt unter Verkehr machen würde. Das ist von der Deckenwascherei der Sprühnebel. Da sieht man jetzt die Maschine. Wir fahren vorne. Und wäre eigentlich jetzt unter Verkehr gar nicht machbar. Weil das wäre einfach ein viel zu großes Sicherheitsrisiko. Die Traffic-Manager Dominik und Michi sind zu einem Einsatz bei Wiener Neudorf unterwegs. Blechteile befinden sich auf der Fahrbahn und können schwere Schäden an Fahrzeug und Insassen verursachen. Okay, da ist ein... Wo ist denn das? Gut, ich sehe jetzt Süd. Da ist eine Banne am Bannenstrafen. Gut, die Blechteile werde ich da nicht sehen. Ja, da links, wir haben es gefunden. Ich gehe mal zur Polizei. Das hat die Blechteile erwischt? Ja. Das ist klar. Die Blechteile, die wir durchbekommen haben. Der hat jetzt noch der Bummelsjahr Reisebus erwischt. Und auf der anderen Richtung steht das andere Auto. Und es hat ebenfalls zwei, die die Blechteile abbekommen haben, auf der Seite stehen. Das sind doch gepumpt worden. Wie sag ich? Die Blechteile, oder? Die Blechteile, oder? Ja. Aber auf der anderen Richtung... Das sind zwei Autos. Genau. Das sind unsere Arschototen. Alles klar. Okay. Ja, wir werden jetzt sicherheitshalber ein paar Meter gehen und die restlichen Teile aufsammeln. Das kann halt so beträchtliche Geschwindigkeit annehmen auf der Autobahn vor allem. Weil das da auch wieder der 130er-Bereich ist und das wird dann oft zu einem ordentlichen Geschoss. Da machen wir eins. Das werden irgendwelche Schienen, es sei von Rigelsplatten oder so. Und so hat irgendwelche Gefahren anbahnen in dem Rückspiegelsicht, dass ich einem immer nur warnen kann. Beziehungsweise, dass ich einem irgendwie andecken kann von fliegenden Trümmern oder was. Weil das ist so, überall wo was läuft, schauen die Leute hin. Und aus dem Grund fahre ich mir eigentlich hinten nach und aus dem Bauch dann immer mehr so weit zurück, geht dann die Teile wieder rein. Zum Rahmen. Dann kann sich der Dominik ganz auf die Egoheit konzentrieren. Und wenn irgendwas sein sollte, kann er immer nur Alarm schlagen. Hupen, Schreien, mit Hin und Füßen arbeiten am besten. Ein Blechteil, ein Parksensor, ein Schloss, Scheinwerfergras, Kleinigkeiten halt noch, dass alles gefährlich werden könnte. Das sind halt so edle Schätze, die man findet. In ihrer Achtstundenschicht haben die beiden Trafficmanager für reibungslosen Verkehr gesorgt und kehren wieder zur Zentrale zurück. Wir haben die Sache gut gemacht, darum werden wir nicht ausgelacht. Wir sind gesund. Alle Finger, alle Zehen noch drauf. Das gefällt mir dann schon auf ein Duscherl. Und dann ab ins Bett. Alle Finger, alle Finger.